ja jetzt muss ich ja dieses ding hier schaffen wenn das anfängt zu brennen aber hallo leute ich bin zu viel zu langsam wo war das ah shit das ist aber ganz woanders glaube ich nein bin zu langsam leute hallo zum neuen let's play und dieses feuerding ich weiß nicht ich schaffe da muss ich die drei siegel finden in so katscher zeit beim ersten mal war das eigentlich total ist ja nein ich muss ich mal so rüber ja und mein gott Das war's. Oh, dann. Ist das da alle, irgendwie? Nein. Nein! Nein! Scheibe! Das hat jetzt echt gut ausgesehen hier. Ich habe zwei gefunden. Scheibe! Scheibe, Scheibe, Scheibe! Ich sage das Wort jetzt nicht mehr. Vielleicht muss man das in der Reihenfolge machen, wie das da dran sitzt. Dann angezeigt wird. Oh Mann, ich fange schon immer so schlecht an. Oh nein. Hä? Bin voll ins Feuer gelaufen. Vergiss es. Nein. Hä? Wieso habe ich das jetzt so gemacht? Lauf ich in die falsche Richtung vielleicht? Muss ich vielleicht anders laufen? Keine Ahnung. Oh, mein Arm sieht aus, Leute. Ich kann es mir nicht merken, wo ich hinlaufen muss. Ach, das ist so blöd. Scheibe! Hä? Leute, ich weiß nicht, wie lange ich da brauche dafür. Gott. Oh, Bucket, ich sehe aus. Wo laufe ich denn immer hin, Mensch? Oh, chill. It's close. It's close. Move away. Someone move away. Hey, feel it. You'll die. The burning has begun. The burning has begun. Go to the gates. There they are, the rooms. You can get through. I don't know where I can't find you. Run, 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 run. I can't find you. Stay here, huh? Set the bathroom. You don't have your soul. You came through the wrong door. I want them to find you. Where's your soul? You have to find yourself. Is that the prison? I will have to sleep. Where are we? It's not safe. Ich hab's geschafft Leute, oder? Und jetzt? Scheiße! Scheiße! Oh nein! Scheißdreck! Wir brauchen eine andere Kontrolle Leute, weil meine ist total kaputt hier. Das ist echt voll blöd. Nein! Ich glaube, ich bin immer falsch. Als allererstes. Das ist echt blöd. Das ist doch blöd. Das ist doch doof. Nein! Das ist einfach nicht in Kontrolle. Das ist offen. Move weg. Senua, move weg. Run! Run! Run, jetzt! Run! Es ist nicht sicher hier. Run! Senua! Run! You don't have your sword! You came through the wrong door. How are you going to fight? Where's your sword? You want to defend yourself. What is that creature? You can't defend her. It's Dillian. Find the creature. Where's Dillian? Where are we? It's not safe. Okay, it won't save you. Where is it? I'm not Dillian! You're dying. You're lost. You're dying. This is what death feels like. Not as much. Not as much. Shit. 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 Sie ist der Kiel. Das Verhältnis. Es ist nur die Fähigkeit. Sie müssen die Fähigkeit. Ich will mich töten! Ich habe keine Ahnung! Leute, ihr habt... oder? Was tue ich hier? Scheißdreck! Muss ich was tun? Was muss ich tun, Hilfe? Oh, Bucky! Oh, Bucky! Sanua! Sanua! Huh? What happened? Oh, you're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just... people. Good people, but... they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children, scared of the dark. They make up stories to fill the void. It doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are like I have. You're not a monster. You're not a monster. You're not a monster. Okay. Without you... This darkness has made me a monster. Okay. Can't kill you too easily, then take your memories to you. They're still in your memory. You're disappearing one memory and another. Every time you remember, it disappears. Sie wollen deine Seele töten, Töten und deine Erden verschwinden. Was muss ich jetzt noch machen? Noch mal ein bisschen, glaub ich, gell? Irgendwo was? War doch noch was. Leuchtende Sonne? Oh je. Puh, jetzt bin ich echt gespannt. Was mir hat denn Feuer zwei Malke? Oder wie war das? Jetzt bin ich halt gespannt. Das nächste, was ich tun muss, was wird's sein? Ich bin ein wenig aufgeregt, ich seh gar nichts. Oh nee, wird das sowas sein? Oh nee. Aha, okay. Die andere Brücke nehmen? Was ist denn das da drüben? Oh. Da kommen wir jetzt noch drüber, gell? Ach, Menno, warum ist denn das so dunkel hier? Macht's mal Licht an, bitte. Ja, der muss mal runter, oder? Kann ich mehr runter? Das sieht aus wie eine Brücke. Da schauen wir jetzt ganz drauf. Wie, das ist es? Da schauen wir jetzt mal drauf. Wenn du so bist, fühlst dir das. Da göra. Ist es nicht wahr? Du bist du zu dir? Fokussier dir die Maske. Hübscher. Ja, endlich hat jemand das Licht angemacht. Cool. So soll es sein. Er war doch hier, glaube ich, gell? Oh, ich bin wohl. Wieder eine Rune mehr. Ist das vielleicht hier da draußen? Ne? Andere Tür oder? Mal probieren. Schauen wir mal. Es ist ein bisschen heller hier. Oh oh, jetzt weiß ich, wo ich bin, hier. Das sieht übel aus. Das wird jetzt aufgehen, denke ich mal. Nee. Ach komm jetzt. Wäre zu einfach wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch mal rüber zu der Maske, oder? Das werde ich auch tun. Gleich mal. Weil ich will eigentlich das Spiel endlich mal irgendwie fertig bekommen. Weil ich will eigentlich Uncharted anfangen. Und ich habe mir vorgenommen, ich mache das erst, wenn ich das jetzt fertig habe. Siehst du, da ist noch eine Brücke. Oh Mann. Hä? Ah, toll. Das hat sich gedreht. Oh. Dann ist es hier dunkel. Aha. Okay. Nee, das war mir jetzt nicht. Das ist ja cool. Wahrscheinlich muss ich jetzt da rüber kommen, irgendwie. Komme ich da runter? Ich probiere das jetzt einfach. Vielleicht ist das dann. Wahrscheinlich ist das aber irgendwie zur Verwirrung. Oder? Was meint ihr? Das ist ja gleich sehen können, dass da was runter geht. Mein Gott. Ich bin einfach so leichtsinnig am Schauen. Aber ob das was bringt? Keine Ahnung. Schaut euch den Arm hier an. Puh. Ah, was ist da? Was ist das für eine Markierung? Ich bin einfach so leichtsinnig am Schauen. Ich bin einfach so leichtsinnig am Schauen. Vielleicht muss ich ja doch dann über die Brücke so drüber Nein, doch Nicht ins Wasser fallen Ah, jetzt ist es auf Ach du Schande Was, er ist in der anderen Welt? Das war gerade irgendwie was, oder? Dillian taught her to see further To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the glue And Senu explored new paths into the unknown Thomas ist dahin Ich bin wahrscheinlich wieder so blind Mal gucken Vielleicht muss man irgendwie anders stehen? Nicht so ersichtlich wie sonst einmal Hier ist es auch noch das In der Luft Nein Nee, ich will nicht ewig rumsuchen Hier ist es dann weg Was ist das? Was ist das? The Northmen tell this story about the death of Baldr It begins with dark dreams Night after night Baldr dreams of his own death and the gods fear for his life So Baldr's mother makes everything in the world Ist das da draußen? Da muss ich raus Glaube ich, das ist das Fenster Was ich meine, das ist das Fenster, bloß von der anderen Seite Da komme ich ja gar nicht hin, das ist ja blöd Ach, nee Aber das sieht da so aus Das Fenster da oben Nur, ähm, Falschraum Oder? Nee Also ich sehe es wahrscheinlich wieder überhaupt nicht hier Ach, Menno, manche Sachen fehlen hier so schnell Die sind so offensichtlich Und die Sachen sind wieder nicht so offensichtlich Der Schatten Nee Doch Das könnte schon hinkommen Ah, ich muss da anders hinstehen Na, komm jetzt Das muss das sein Ja Hab's gefunden Muss bloß hab ich dich schimpfen Muss ich da wieder wechseln? Dann kann ich gar nicht durchgehen Oder muss ich wieder in diese dunkle Welt rein? Ach, nee Ich will das nicht Ach, nee, ich will das nicht Ach, nee, ich will das nicht Ach, du Dann komm ich da nicht rein Dann muss ich da vorne wieder rein, gell? Hier Jetzt nimmt mich das Tor auf Und jetzt Komm, wir stellen deinen Kamm Oder? Oh, das ist alles kaputt Taken Oh, das ist alles kaputt Taken Also wenn man das Spielprinzip kennt Und Wie beim Cachen Wenn man viel Erfahrung hat Von verschiedenen Caches Aber ich hab immer noch kein Schwertgericht Oh, das sind schon wieder so Der Loki Muss ich das wieder suchen Ich hab jetzt da mal Zwischengespeichert Kurz Oh, da gibt's auch wieder so ein Teil Ich geh jetzt einfach mal hoch Muss man da wieder in die andere Welt Oh Oh Oh, der haut auch immer ab Dieser kleine Leuchtswerk hier No Okay, ich nicht tronto An der Tüte? Tja, und jetzt? Wo ist das jetzt hier? Hallo? Wo sind die Zeichen? Ah, ja, jetzt auch. Okay. Hier? Hier, ja? Ja. Und jetzt muss ich wieder zurück und auf die andere Seite? Oder nee? Muss ich jetzt hin? Doch, auf die andere Seite. Aber wie komme ich da hin? Ich gehe mal in die andere Welt rein. Ich gehe mal in die andere Welt, oder? Hier liegt was am Boden. Oh, das sieht nach Feuer aus, oder? Da ist hier der Pfeil versteckt. Die in der Luft schweben hier ja, die irritieren mich. Vielleicht bedeutet das, ich muss rauf. Na gut. Gehen wir mal hoch. Ah! Da ist ein Pfeil. In dem Fenster. Das kann aber so gut sein. Ich gehe mal hoch. Wow. Viel schneller als sonst. Cool. Ja, wenn ich das Spiel durch habe, dann weiß ich, wo die Sachen sind. Oder wie man am besten die gleich findet, so vom Gucken her. Da hat doch jetzt auch was geblendet hier. Nehmen wir zurück. Hier. Okay. Vielleicht nach unten gucken? Oder auch nicht? Da ist auch so ne... Ach ja, in der dunklen Welt kann man hier nämlich dann rüberlaufen. Wie komme ich da wieder zurück? Ach, da unten, okay. Ich glaube, ich muss da rüber. Oh Mann, manchmal übersieht man es. Huch. Nicht runterfallen. Muss ich jetzt in dieser Welt das suchen oder in der anderen Welt? Da ist auch nochmal eine. So ne Übergangsding hier. So ne Brücke. Danke. Das sind auch so Schatten. Hm. Ah. Okay. Ich glaube, ich habe es gesehen. Am Fenster. Hä? Geht das jetzt nicht, oder? Da ist falsch rum. Hä? Oh oh. Und jetzt? Muss ich wieder in diese Welt? Aber? Dann ist das Ding weg. Das kann nicht stimmen. Oh oh. Wieder zurück. Hey, ich will zurück. Aber ich muss da raus, irgendwie. Ich muss da runter. Oder? Ich kann ja da gar nicht raus. Hm. Muss ich jetzt das umdrehen, die Welt, dass ich rauskomme? Moment. Abchecken. Ich geh jetzt da mal raus. Dann kann ich da hier raus, oder? Oh. Ähm. Ja. Wie war jetzt nicht? Verwirrung pur. Ach nee. Ich muss doch da raus, irgendwie. Hä? Ich muss doch irgendwie anders. Oh, Buggy. Leute. Wie war das jetzt? Wie bin ich da jetzt reinkommen? Jetzt geht's wieder los mit meiner Verwirrung. Maa. Ich bin nicht überhaupt hier reinkommen. Doch eigentlich doch die dunkle Welt. Eigentlich. Hm. Genau. Da muss ich doch wieder zurück. Halt. Was war das? Nee. Oh, nee. Ich muss doch in die andere Welt. Aber wie bin ich da reinkommen? Da bin ich ja vorhin hochgelaufen. Äh. Nee. Muss ich da wieder? Und dann bin ich ja da. Und da muss ich aber irgendwie... dann rauskommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Da kann ich ja nicht raus. Das ist ja genauso wie wenn ich unten diese Welt drehe. Ich müsste dieses Ding... Ich müsste dieses Ding... ...aufbekommen. Nee. Da diese Türe da drüben, muss ich irgendwie aufkriegen. Kann ich da außen rumlaufen? Nicht singen. Aufhören. Ach, da war ich auch noch nicht. Okay. Zu Sicherheit mehr aufmachen. Vielleicht komme ich da außen rum. Oder? Nee, das war die eine Tür, die da hat. Mhm. das war klar das war so klar ich komme da nicht hin das ist bestimmt total einfach und ich verkopf mich jetzt irgendwie da war jetzt nichts mehr kann man da jetzt raus oder ich muss das ding jetzt hier machen Ging die Tür auch nicht auf, glaub ich, gell? Die ist nur offen in der anderen Welt, genau, da muss ich rauf und in der anderen Welt, ah, das probiere ich jetzt mal, muss ich rauf zu der einen Tür, wenn ich hochkomme, genau, das gehen wir mal hin, und dann ganz außen rumlaufen, da müsste eigentlich diese Türe offen sein, nein, ach Menno, das geht nicht, das ist echt blöd, das Ding muss einfach sein, das ist jetzt echt doof, komm ich nicht mehr hin, das ist eigentlich auch, aber da komm ich nicht hin, ich hab, ich hab gar nicht mehr Denkfehler, hm? So komm ich aber auch nicht rüber, komischerweise, ähm, was ist da? Ne, das ist ja die Tür, was ich aufgemacht habe? Oh, Neest. Man kommt in der hellen, also in der schönen Welt nicht raus, absolut gar nicht aus diesem Haus. Das kann es auch nicht sein. Dann muss ich doch in diese dunklen Welt. Ja, aber wo bin ich denn dann? Die sind noch nicht fertig, da fehlt noch eins. Darum kann ich da jetzt nicht drauf. Ich check's gar nicht mehr, wie ich da herkommen bin. Ach, da. Und jetzt? Irgendwo anders sind wir raus, oder? Da geht nichts. Kann man nicht öffnen? Ja. Wie bin ich jetzt da hier rein? Hä? Da müsste ich jetzt meine Let's Play nochmal angucken. Den hab ich ja schon angeguckt, oder? Was ich da gefunden habe? Ja, genau. Ich verstehe das nicht. Wo bin ich da rein gekommen, Leute? Ich irre hier rum. Nochmal hochgehen. Aber ich bin doch da. Ich bin nicht durch diese Tür rein. Genau. Ich bin durch diese Tür rein. Wieso ist die zu jetzt? Wieso ist die zu jetzt? Gibt's doch gar nicht. Ja, kann ich dann gar nicht. Merkst du weg? Doch, du. Ja, ich bin da drauf. Na, hab ich ja die Treppe hier auf. Gezimmert. Ach, nix, 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 nix. Was ist doch noch? Doch rauf. Hm. Muss ich da in eine andere Richtung laufen? Was ist das? Das habe ich doch schon gemacht, oder? Und da runter? Nein. Hm. 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 Ich war in der dunklen Welt ja auch schon oben. Ist da unten vielleicht noch was? Wum. Was ist das denn? Hm. 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 Wie oft war ich jetzt schon oben? Ach, mein Ohr. Ich muss das Ding einfach runterkippen. Kann man da außen rum laufen? Hm. Nee, gell? Ist das Tor jetzt auf? Ja. Ich bin außen. Ja. Oh Mann, da muss man nur durch die eine Türe da. Oh, nee. Das ist echt verwirrend. Einmal durch die Türe durch oder durch den Bogen. Einmal nicht durch. Macht ja absichtlich mit mir. Ja. Ja. Jetzt kann ich an die andere Welt wechseln. Und dann kann ich ja da rüber gehen. Endlich. Oh, Leute. Sorry. Also das war jetzt ein bisschen... Ja. Nicht einfach. Oh, da ist noch eins. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier jetzt, wo ich hin muss? Jetzt in die Rune weg. Jetzt muss ich wieder andersrum. Mhm. In die dunkle Welt. So. Leute. Das war's für heute mal wieder. Was hinter dieser Tür steckt, das zeige ich euch beim nächsten Mal, oder? Ok. Dann seid ihr euch wieder. Ich freu mich auf euch. Ciao, Li.